Märchen und Sagen aus aller Welt finde ich selber unheimlich schön, da sie einen ganz besonderen Einblick geben in fremde Welten und Kulturen. Deswegen gibt es heute ein paar wunderschöne Geschichten aus Island. Vergiss auf keinen Fall noch auf Abonnieren zu klicken, denn damit hilfst du meinem Kanal auch weiter zu wachsen. Und dann würde ich sagen, lehn dich zurück, schnapp dir noch eine Tasse Tee und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Die Riesin In alten Tagen wohnte einst auf Blafam am Blafjeld eine Riesin mit Namen Kraka. Sie wohnte in einer Höhle, von der heute noch Spuren vorhanden sind und die so hoch oben zwischen den Felsen bei Blafam liegt, dass es für Menschen unmöglich ist, hinaufzukommen. Kraka tat sehr viel Böses. Häufig überfiel sie das Vieh der Bevölkerung und sie schädigte diese dadurch, dass sie ihre Schafe und ihre Leute tötete. Kraka war sehr mannstoll und liebte es nicht in der Einsamkeit zu leben. Und so geschah es nicht selten, dass sie sich Männer unten aus den bewohnten Gegenden holte und sie bei sich behielt. Aber wenige hielten es bei ihr aus. Sie liefen entweder davon oder nahmen sich das Leben. Einmal hatte Kraka einen Schafhirten mit Namen John ergattert. Sie nahm ihn mit in ihre Höhle und wollte ihn nun recht pflegen. Er aber fand wenig Geschmack daran und wollte von alledem, was sie ihm auftischte, nichts genießen. Sie versuchte alle erdenklichen Künste, um ihm das vorzusetzen, was am meisten nach seinem Geschmack war. Es half aber alles nichts. Endlich ließ der Schafhirte verlauten, dass er seinen Appetit wieder erlangen würde, wenn er eine Mahlzeit von einem zwölfjährigen Meerkalb bekommen könnte. Kraka erfuhr durch ihre Zauberei, dass ein zwölfjähriges Meerkalb an keinem anderen Ort aufzutreiben sei, als auf Siglunäs. Und obgleich dieser Ort weit von Blafam entfernt lag, wollte sie doch den Versuch machen, das Kalb zu erwischen. Sie zog also fort und ließ den Mann zurück. Als sie aber ein kleines Stück Weges zurückgelegt hatte, fiel ihr ein, dass es doch sicherer wäre, nachzusehen, ob sie nicht von ihm zum Besten gehalten worden wäre und er entsprungen sei, sobald sie ihm den Rücken gekehrt hatte. Sie lief deshalb zurück nach ihrer Höhle, der Hirt aber saß ruhig darin. Dann ging sie wieder fort und kam diesmal ein Stück weiter auf dem Wege. Da befiel sie wieder dieselbe Angst, dass ihr der Mann untreu geworden sein könnte, und sie rannte daher wieder zurück in ihre Höhle. Aber es war genau so wie das erste Mal. Der Mann saß ganz ruhig da. Nun zog sie im Ernst fort und glaubte, dass sie keine Angst mehr wegen des Hirten zu haben bräuchte. Sie ging den geraden Weg nach Siglunäs, in dem sie nördlich Riso überquerte und über den Öffjord ging. Und es wird von ihrer Wanderung nichts weiter gemeldet, als dass es ihr gelang, das Kalb einzufangen und dass sie denselben Weg zurückzog, den sie auch gekommen war. Kaum aber glaubte der Hirt, dass Kraker glücklich den ganzen Weg hinter sich hätte, als er sich aus der Höhle schlich und davonlief. Kurz nachdem er die Höhle verlassen hatte, kam Kraker zurück und sah bald, dass er entwichen war. Sie begann ihn also in größter Eile zu verfolgen, und als der Hirt nur noch ein kurzes Stück Weges bis zur Baldessiem zurückzulegen hatte, hörte er ein starkes Dröhnen hinter sich. Da wusste er, was das zu bedeuten hatte, dass es Kraker wäre, die kam. Als sie ihm so nahe gekommen war, dass sie ihre Stimme hören konnte, rief sie, »Hier ist das Meerkalb, John. Es ist zwölf Jahre alt, ja, beinahe dreizehn!« Der Hirt aber beachtete sie weiter nicht, und als er den Hof erreicht hatte, stand der Bauer in seiner Schmiede und arbeitete. Da lief er dann hinein und trat in demselben Augenblick hinter den Bauern, als Kraker die Tür erreichte. Der Bauer nahm das glühende Eisen aus der Esse und lief Kraker entgegen und drohte, es hier in den Leib zu stoßen, wenn sie nicht umkehren, nachdem sie versprochen habe, ihn oder seine Leute nie wieder zu belästigen. Und da hatte Kraker keine andere Wahl, als wieder umzukehren. Und das tat sie auch. Nach diesem Tage aber hörte man nie wieder, dass sie dem gewissen Bauern jemals zu nahe trat. Ein anderes Mal nahm sich Kraker einen Schafhirten aus Grönnewand und schleppte ihn mit in ihrer Höhle. Es kam wie früher, dass auch dieser Hirt nichts von dem genießen wollte, was Kraker ihm anzubieten hatte. Und das ging er sehr zu Herzen. Schließlich sagte er, dass er wohl junges Bockfleisch essen würde. Damals aber gab es nirgends Böcke, außer auf der Landzunge Hafrafels im Öchsefjord. Und obgleich es ein weiter Weg war, um sie von dort nach Hafen zu holen, wollte Kraker doch versuchen, sich das Bockfleisch zu verschaffen. Ehe sie aber fortzog, nahm sie einen ungeheuer großen Stein und setzte ihn vor die Tür der Höhle. Denn diesen Hirten wollte sie keinesfalls verlieren, so wie sie den früheren verloren hatte. Sie ging nun für Bass, und als sie an den Jöckelbach zwischen den Bergen kam, sprang sie zwischen zwei hohen Felsen über ihn. Und seitdem heißt diese Stelle heute noch der Hexensprung. Über ihre Wanderung wird weiter nichts erzählt, bis sie nach der Landzunge kam. Da nahm sie sich zwei Böcke, band sie mit den Hörnern zusammen und warf sie über die Schulter. Dann kehrte sie denselben Weg zurück und sprang an derselben Stelle wie das erste Mal über den Jöckelbach. Als sie aber über den Bach gekommen war, war sie von der Wanderung sehr müde geworden und wollte sich ein bisschen verschnaufen. Sie machte die Böcke los und setzte sie zum Weiden in eine Kluft, die seitdem die Blockkluft heißt. Und als sie sich eine Weile ausgeruht hatte, nahm sie die Böcke und setzte ihre Wanderung fort. Von dem Hirten aber wird erzählt, dass er tausende von Künsten versucht, um aus der Höhle hinauszukommen, nirgends aber fand er ein Loch oder eine Spalte, durch die er entschlüpfen konnte. Schließlich fand er ein großes und scharfes Schwert, das Kraker gehörte. Er nahm das Schwert und durchhebt damit den Stein, mit dem die Tür versperrt war, so, dass er schließlich ein so großes Loch gemacht hatte, dass er entschlüpfen konnte. Als er hinausgekommen war, lief er, was das Zeug hielt, seines Weges und eilte den bewundten Gegenden zu. Und man hat nie etwas anderes gehört, als dass er unversehrt nach Hause gelangte. Ein anderes Mal hatte Kraker zu einem großen Weihnachtsgemahl eingeladen und wollte nun alles aufs Beste herrichten. Es fehlte aber etwas, fand sie, wenn sie ihren Gästen nicht Menschenfleisch als Leckerei vorsetzte. Am Heiligabend ging sie also fort nach den bewohnten Gegenden. Als sie aber an die obersten Höfe in dem Ort Myxow kam, stand jeder Hof leer, da alle Leute zur Kirche nach Skutustadt gegangen waren. Denn damals war Sitte und Brauch, in jeder Heiligen Nacht Gottesdienst abzuhalten. Alle Leute waren schon in der Kirche. Kraker aber näherte sich der Kirchentür und sah einen Mann auf einer Bank in einer Ecke sitzen. Sie streckte den Arm nach ihm aus, um ihn aus der Kirche zu zerren, er aber stieß aus Leibeskräften mit den Füßen nach ihr und schrie um Hilfe. Diese erhielt er augenblicklich, und das Ende vom Lied war, dass sich die ganze Gemeinde gegen Kraker vereinigte, um den Mann ihren Händen zu entreißen. Sie aber ließ nicht los, bis die eine Kirchenmauer gelockert war und sich nach außen bog. Dann wird erzählt, wie die Kraker zornig wurde und wünschte, dass die Kirchenmauer nie mehr feststehen sollte. Und dieser böse Wunsch scheint in Erfüllung gegangen zu sein. Denn seitdem ist die südliche Kirchenmauer auf Skutustadt immer sehr baufällig gewesen. Es wird auch erzählt, dass Kraker wegen dieser und anderer Possen, die die Bewohner in dem obersten Teil des Ortes Myxoje spielten, ihnen versprach, dass sie ihnen dagegen einen bösen Streich spielen würde, an den sie lange denken sollten. Oberhalb des Ortes, wo die Bauern ihre Sommerweideplätze hatten, lag damals ein großer Binnensee. Dorthin begab sich Kraker eines Tages und sammelte ein großes Bündel Reisig, das sie dann mit Torfstücken und Kies ausfüllte, so dass es eine unbändig große Fuhre wurde. Diese Fuhre zog sie hinter sich her, vom Wasser bis zum Ort Myxo und quer durch ihn hindurch bis nach dem Lachsbach, unweit der Stelle, an der er seinen Auslauf aus dem Myxsee hatte. Da, wo die Fuhre entlang zog, entstand eine große Vertiefung. In dieser leitete dann Kraker das Wasser mit dem Fluche, dass dieser Bach durch die Vertiefung fließen solle, solange der Ort Myxo bewohnt würde. Und dass er den Leuten die Wiesen und angrenzenden Felder überschwemmen solle und dass zum Eindämmen des Wassers nur dieselben Dinge verwendet werden dürften, aus denen ihre Fuhre zusammengesetzt wäre, und dass der Bach schließlich den obersten Teil der Ortschaft zerstören solle. Der Bach, der noch heutigen Tages an derselben Stelle fließt, ist nach Kraker benannt worden und heißt der Krakerbach. Er tut den Myxo-Bauern großen Schaden, er läuft an sämtlichen Wiesen der Höfe vorüber, die zu oberstem Ort liegen, und beschädigt sie dadurch, dass er alljährlich Land fortspült und Sand auffüllt. Denn im Frühjahr reißt er ständig Löcher in seine Ufer und spült auf diese Weise Sand und Lehm auf die Wiesen hinauf. Mehrere Höfe stehen deshalb in Gefahr, niedergelegt werden zu müssen. Alljährlich werden diese Löcher ausgefüllt und immer werden dazu Reisig, Kies und Torfstücke verwendet. Dieselben Dinge, aus denen Kraker ihre Fuhre zusammengesetzt hatte. Es ist aber jetzt schon ein so großer Mangel an Reisig um den Myxsee herum, dass man kaum so viel davon aufbringen kann, als benötigt wird, um den Krakerbach einzudämmen. Alten und klugen Leuten ist es dennoch jetzt klar geworden, dass die Flüche und Verwünschungen der alten Kraker bald in Erfüllung gehen werden. Der Wechselbalk von Sogen Der Hof Sogen wurde einmal von zwei Bauern bewohnt. Der eine Halbhofbauer hatte einen Sohn, von dem man glaubte, dass er nicht recht gescheit sei. Denn er konnte weder lesen noch schreiben oder sich sonst etwas vornehmen. Sondern er lag immer im Bett und aß, wie es den Leuten schien, für zwei. Am ehesten glaubte man von diesem Jungen, dass er ein Wechselbalk sei. Es dauerte aber doch eine ganze Weile, bis man dessen ganz sicher war. Als er das Einsegnungsalter erreicht hatte, geschah es einmal im Winter, dass alle Leute außer ihm aus der Badstube gegangen waren, um ihren Beschäftigungen nachzugehen. Er aber lag in seinem Bett, wie er zu Ton pflegte. In derselben Badstube aber lag die Frau des anderen Halbhofbauern im Wochenbett, und neben ihr lag das Kind. Als die Leute hinausgegangen waren, hörte die Wöchnerin, dass den Jungen ein so heftiges Gähnen überkam, dass sie sich unbehaglich zu fühlen begann und ins Zittern geriet, als sie sein unheimliches Benehmen sah. Darauf hörte sie, wie er anfing, sich im Bett hin und her zu werfen und zu strecken. Dann sah sie, dass er sich im Bett aufrichtete und sich so hoch reckte, dass er bis an die Decke der Badstube reichte. Die hatte aber an der einen Seite eine Galerie, und hoch oben im Sparrenwerk waren kleine Querbalken. Da überfiel ihn das Gähnen von Neuem. Und er lehnte den Kopf oben gegen einen Querbalken, so dass er ihn mitten im Schlund hatte, wenn er gähnte, der Gestalt, dass der obere Teil seines Mundes oben auf, der untere Teil aber unter dem Balken lag. Er war auch sonst so furchtbar hässlich und abscheulich anzusehen, dass die Frau einen Todesschreck bekam und himmelhoch aufschrie vor Angst über das Gesehene und weil sie sich allein mit ihm in der Badstube wusste. Und noch lange nach diesem unheimlichen Gesicht war sie sehr furchtsam. Kaum aber hatte die Frau diesen Schrei ausgestoßen, als er wie von einer Kugel getroffen zusammensank und ins Bett kroch und sich zurechtlegte, ehe die Leute wieder hereinkamen. Von diesem Tage an war man nicht mehr im Zweifel, dass der Junge ein Wechselbalk war. Das Seemännchen Eine alte Redensart hierzulande sagt, da lachte das Seemännchen. Der Ursprung dazu, so wird erzählt, ist der, dass ein Bauer einmal einen Seezwerg fing, der sich Seemännchen nannte und einen großen Kopf und lange Hände hatte. Von den Lenden abwärts aber glich er einem Seehund. Nichts wollte er dem Bauern verraten und darum brachte ihn dieser wieder sein Willen mit ans Land. Die Bäuerin, die jung und übermütig war, kam an die See hinunter und empfing ihn mit Jubel, küßte und streichelte ihn. Darüber freute er sich sehr und erlobte sie auch sehr. Seinen Hund aber schlug er, als er auch seine Freude über seine Heimkehr zeigen wollte. Da sah das Seemännchen und da lachte es. Der Bauer fragte, worüber es lache. Über deine Dummheit, erwiderte es. Als der Bauer von der See nach Hause ging, stolperte er über einen Erdhöcker und fiel. Er verfluchte den Erdhöcker hundertmal, weil er erschaffen worden war und seinen Platz gerade auf seinem Feld bekommen hatte. Da lachte das Seemännchen, das sich nur ungern tragen ließ, und sagte, »Der Bauer ist ein Tropf!« Der Bauer behielt das Seemännchen drei Tage bei sich. Ein paar Handelsburschen kamen zu ihm, um ihre Waren zu verkaufen. Noch nie hatte der Bauer so dicksohlige und solide Schmierlederstiefel bekommen können, wie er sie haben wollte. Diese Handelsburschen aber glaubten, dass sie die besten hätten. Der Bauer konnte zwischen Hunderten von Stiefelpaaren auswählen, fand aber, dass sie alle zu dünn waren, um halten zu können. Da lachte das Seemännchen wieder und sagte, »Mancher irrt sich, auch wenn er sich für klug hält.« Weder im Guten noch im Bösen wollte das Seemännchen mehr Weisheit von sich geben, als schon erzählt worden ist. Unter der Bedingung aber, dass es wieder an dieselbe Stelle in der See gebracht würde, wo es aufgefischt worden war, sagte es, wollte es sich auf das Ruderblatt des Bauern setzen und alle seine Fragen beantworten, sonst aber würde es stumm bleiben. Nach Verlauf von drei Tagen tat also der Bauer, wie das Seemännchen wollte. Und als es nun auf dem Ruderblatt saß, fragte es der Bauer, was die Fischer zu tun hätten, um guten Fang zu haben. Das Seemännchen erwiderte, »Aus gekautem und geknetetem Eisen müssen Angelhaken geschmiedet werden, und die Schmiede muss dort liegen, wo das Brausen von Fluss und Meer zu hören ist. Der Angelhaken muss im Schaum eines Rosses gehärtet werden, und zur Angelschnur muss graues Stierfell und eine Leine aus rohem Rossfell genommen werden. Als Köder muss das Herz eines Vogels und Flunderfleisch dienen, mitten auf den Haken aber muss Menschenfleisch gesteckt werden. Wenn du nicht so Fische fangen kannst, hast du nur eine kurze Lebenszeit. Aber der Angelhaken des Fischers muss nach außen gebogen sein. Der Bauer fragte dann, über welche Dummheit er damals gelacht hätte, als er seine Frau lobte, den Hund aber schlug. Das Seemännchen erwiderte, über deine Dummheit, Bauer. Denn dein Hund liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Deine Frau aber wünscht dir den Tod und ist das liederlichste Weib. Der Erdhöcker, dem du fluchtest, war dein Geldhügel, und viel Reichtum bag ihr. Darum warst du ein Torbauer, und darum hab ich dich ausgelacht. Und die schwarzen Schuhe würden dein Leben lang gehalten haben, denn du hast nicht viele Tage mehr zurückzulegen. Und eigentlich können sie dir für die drei Tage genügen. Und da sprang das Seemännchen vom Ruderblatt hinab, und so trennten sie sich. Und es geschah genau so, wie das Seemännchen gesagt hatte. Das waren unsere ersten Geschichten aus Island. Wenn du noch weitere hören möchtest, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, oder lass mir ein Abo oder einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt... Schlaf gut! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020